Hallo A-Esto, erzähl doch mal was zur Noiscape Shape of Deathcord to come tour. Hallo, ich bin A-Esto von A-Esto's und ich hab einen Gig verkackt und habe dann, also ich fang nochmal an. Also ich hab ein Konzert geplant in Chris Hill. Meine Eltern haben, also die haben den Namen vertauscht, die wird mich eigentlich Sastor nennen. Achso, also ich hab mein Konzert im Chris Hill für Konzerte und das Post2Core. Äh, gut. Äh, geplant. Und dann äh, also irgendwie, also verkackt. Und dann hab ich aber auch nicht Bescheid gesagt. Bei den, äh, bei den Bands. Also die haben dann immer angerufen und, äh, ich hab dann den Knopf nicht gefunden. Und dann dachte ich mir... Die haben immer den Hoden gedrückt. Ich hab die Schmerze. Ekel, bin A-Esto von A-Esto's. Ich hab aber trotzdem, Canon bei mois mit Facebook ein Postet. Und dann haben die gemerkt, dass ich ja, äh doch noch da bin, ich hab mich, mit Facebook. Aber nur an... Aber immer mal eben den Beggen. Nein, die Schmerze, zurück! Mehr Ohne kan man in einem Haushalt nicht hauen. Also, Büssel findet nichts stark, aber dafür dann morgen um Münster. Das war's! Check it out!